Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Neuss-Rhein-Kreis. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 45 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 550 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017